Ja! Wahnsinn! Ich filme! Ich habe Eriks Kamera und werde jetzt... ...filmen! Versuch's hier ruhig zu halten, sonst wackelt das entsetzlich. Okay! Schmidi! Mach den! Leg ihn raus! Mach den! Leg ihn raus! Tomm ihn rein! Tomm ihn rein! Tomm ihn rein! Tomm ihn rein! Wie ist das denn da, Alter? Verpiss's heute einmal rein. Nein, ich muss hier jetzt das Turnier festhalten. Da hab ich die Kuh gegrätscht. Du bist auf jeden Fall... Film mal ein bisschen mein Penis, Alter. Nein! Verpiss dich, Dreier. Wahnsinn! Was hier wieder los ist! Wahnsinn! Was hier wieder los ist! Beide! Komm, geh nach vorne! Oh! Oh! Ja! Oh! Ich mach mal auf! Oh! Ach Juni! Hey! Hanschir! Was sagt ihr als unbeteiligten des Turniers dazu? Datesch neukohl! Boah, Bier! Boah, Bier! Wie immer, Dennis. Weiß, ich kann dich dafür anzeigen. Wenn du mein Gesicht nicht unschickig machst... Also was der Erik hier mit diesem Filmmaterial macht, das ist ganz allein seine Sache. Also ihr seid schon süßes Paar, ne? Holst Bier, ja. Ich werde schon mal einen reinhauen jetzt. Gut. Kriegt sie ober Bier! Gleich! Der spielt nur nicht mit, wegen Vertrag, eigentlich verwandtliger. Der ist total unsportlich. Mann bin ich. Seid, dass er unsportlich ist. Hey, mach den drei Körnchen! Wuuuuh! Hey, Kalle! Hey, Kalle! Hey, Schreiner! Du bist immer Mist! Hör mal, jetzt hab ich da! Hör mal, jetzt hab ich da! Hey, mach den, du! Mach den, du! Sag das nochmal! Du musst das doch festmachen! Wir machen das, ey! Hey, hey! Wir sind schon weg, Klasse! Und wo macht man denn Fotos? Wo? Wo macht man denn Fotos, Erik? Ach so, gar nicht! Es läuft schon! Gut! Erik ist ein total guter Mensch. Und der zwölfte Mann des WSVs. Larsen, zwölf. Ja. Komm klar, schnitt doch mal so schnell. Komm klar! Gut. Sein Adler-Augen beobachtet er alles. Er hat den ganzen Fußballplatz auf jeden Fall gut im Blick. Wahnsinn! Komm schon mal so schnell. gut, gut. Du bist ja gar nicht. Who bestätig? No, das war ja ein cabeza. Du bist ja nicht zu Hause. Du bist ja nicht auf der Seite.